Untertitelung des ZDF, 2020 Als ich gehört habe, dass ich einen Sohn habe, musste ich ausbrechen. Gerade wurde uns gemeldet, dass die Polizei diesen Mann sucht. Den unter Mordverdacht stehenden Brian Nichols. Ich will eine Fahndung mit allen verfügbaren Helikoptern. Wir scheuchen Nichols auf. Mein Name ist Ashley Smith. Ich bin Mutter. Ich traue dir nicht, Ashley. Wenn du nochmal schreist, werde ich dich töten. Ich muss zu meiner Tochter. Du gehst nirgendwo hin. Gott, bitte hilf mir. Was ist denn das? Was machst du da? Es ist nur ein Buch. Lies mir was vor. Wenn sie wissen wollen, warum sie auf diesem Planeten sind, müssen sie bei Gott anfangen. Er erwartet, dass sie das Beste aus dem machen, was ihnen mitgegeben wurde. Mir hat keiner was gegeben. Du hast deinen Sohn. Christopher, hier ist dein Daddy. Du wirst schlimme Dinge über mich hören. Aber was auch passiert, ich liebe dich, mein Kleiner. Die größte Tragödie ist nicht der Tod, sondern ein Leben ohne Vision. Nicht schießen! Könntest du mir verzeihen? Ich weiß nicht, aber vielleicht kann es Gott. Ich will call upon your name. Ich will call upon your name.